Und in Frankfurt am Main begrüße ich Nicola Bersis, Generalsekretärin der FDP für unser politisches Tagesgespräch auf Phönix heute. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Einen schönen guten Tag, grüße Sie. Frau Bär, danke erstmal, dass Sie gewartet haben. Wir haben ja eben live auf live auf live gesehen, die drei Verhandlungsführer, die jetzt mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Ganz ehrlich, säßen Sie auch gerne jetzt mit am Tisch? Ganz ehrlich, ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass zwei Parteien, die nahezu 14 Prozent bei den Wahlen verloren haben, der Bevölkerung immer noch nicht sagen, was sie anders machen wollen. Es ist offensichtlich noch kein Verständnis dafür da, was ein wirklicher Aufbruch für Deutschland bedeutet, was dahinter stecken muss. Es sind ja auch noch keine konkreten Aussagen dafür da, wie ein solcher Aufbruch zum Beispiel in einer Qualitätsoffensive, in der Bildung, bei Innovation, bei Technologieoffenheit, aber auch mit einer umfassenden Digitalstrategie überhaupt erreicht werden soll. Aber ganz ehrlich, das war nicht die Antwort auf die Frage, säßen Sie gerne mit am Tisch? Nein, sehr, sehr viele Teile dieses Sondierungspapiers zwischen SPD und CDU, CSU hat man uns vorgelegt. Wir haben es abgelehnt, es zu unterschreiben, allein deswegen, weil es eben keinen Aufbruch für Deutschland bedeutet, weil es zum Beispiel keine faire Balance zwischen Privat und Staat gibt. Die Sozialabgaben werden nach dem, was wir da lesen müssen, weiter ansteigen, eben nicht unter 40 Prozent stabilisiert werden können. Es gibt keine faire Entlastung bei Preisen, keine faire Entlastung bei Steuern und Abgaben. Also von daher für uns ein Papier, das eine Art Reparaturbericht aus der vergangenen GroKo ist, aber eben kein Aufbruch, keine Vision für die Zukunft der Menschen in unserem Land. Aber wäre es nicht doch besser gewesen, drinnen zu bleiben, um dann sozusagen an der Vision stärker, aktiver mitzuarbeiten? Also im Grunde genommen hätten Sie nicht besser diese Kröte-Koalitionspapier schlucken sollen? Schauen Sie, wir hätten unfassbar gerne in Deutschland eine Reformagenda, eine Modernisierungsagenda gestaltet. Nur Sie müssen Partnerinnen und Partner haben, die mutig genug dafür sind, eben das weiter zu verlassen und etwas Neues zu gehen, einen neuen Weg zu gehen, neu zu denken, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Und das haben wir bei den Jamaika-Partnern nicht gefunden. Das findet sich jetzt auch nicht im Papier von CDU, CSU und SPD. Und jetzt also Ihre Aufgabe, wir müssen ja noch im Konjunktiv reden, aber vermutlich in der Opposition. Wenn Sie in der Opposition sitzen, welche Aspekte werden Sie anschlagen in den nächsten, ich sag mal regulär vier Jahren? Wir werden als eine sehr putzmuntere Opposition aus der Mitte des Parlaments heraus die Probleme angehen, wo es um die Zukunftsperspektiven für Menschen in unserem Land geht. Also wir haben ja schon die ersten Initiativen gezeigt, eine Neujustierung der Europäischen Union. Aber nicht so, wie Herr Schulz sich das vorstellt, mit neuer Haftungsgemeinschaft, mit mehr Geldtöpfen aus Deutschland für Länder, die ihre Hausaufgaben nicht machen, sondern eben eine Neujustierung bei der Erweiterung des Binnenmarkts, die Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa überwinden, auch gemeinsame Außensicherung der Grenzen schaffen. Wir wollen bei dem Thema Bürgerrechte vorankommen, deswegen haben wir ein Bürgerrechtsstärkungsgesetz vorgelegt. Wir wollen, dass die Sozialabgaben gesenkt werden, dort wo das möglich ist. Eine entsprechende Initiative ist schon im Parlament eingebracht. Wir wollen endlich ein Einwanderungsgesetzbuch, das klar unterscheidet zwischen Asyl, zwischen befristetem humanitären Schutz und einer Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt nach einem Punktesystem. Also Steuern und Ordnen auch an dieser Stelle und nicht faule Kompromisse zum Familiennachzug, so wie das jetzt zwischen den beiden GroKo-Partnern verabredet ist. Das ist also die Position der FDP. Sprechen wir über die Position Personal auch. Man hatte in den letzten Monaten ja den Eindruck, das ist ein bisschen eine One-Man-Show. Christian Lindner hier, Christian Lindner da. Wird sich die FDP auch personell, sage ich mal, breiter präsentieren? Christian Lindner ist ein hervorragender Vorsitzender sowohl der Partei als auch der Fraktion als die Spitze eines Teams. Wir haben jetzt die Möglichkeit, über die Plattform im Deutschen Bundestag eben dieses Team auch stärker in den Vordergrund zu rücken. Das war uns schlicht als außerparlamentarische Opposition nicht möglich. Es ist auch bei der Presse nicht durchgedrungen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, alle die kompetenten Köpfe auch zu zeigen, die die Partei, die die Fraktion zu bieten hat. Dann eine abschließende Frage noch. Was werden Sie sozusagen, wenn Sie sich bei Wünsch dir was, was wünschen dürften, der jetzt anstehenden Koalition vor allem ins Stammbuch schreiben möchten? Und was werden Sie ständig wieder zu Gehör bringen? Wir werden zu Gehör bringen, dass es notwendig ist, Politik vorausschauend zu machen. Wir müssen dringend eine Vorstellung davon haben, wo dieses Land in 10, 15, 20 Jahren stehen soll. Und eben nicht nur auf Sicht fahren in der Bundespolitik, nicht nur das tägliche Polit-Klein-Klein. Wenn man nicht weiß, welches Ziel man anvisiert in den nächsten Jahrzehnten, dann wird man den Weg dorthin auch nicht finden. Und genau das werden wir einfordern. Man muss lange Linien ziehen in der Politik. Sonst werden wir die Menschen auf diesem Weg auch nicht begeistert mitnehmen können. Die Meinung von Nicola Beer in unserem Phoenix-Tagesgespräch ist die Generalsekretärin der FDP. Ich sage vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag in Frankfurt und in Hessen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.